So, und schon geht's weiter. Wir machen mal wieder den Lieferantenservice für Goron. Ich hab mir überlegt, dass ich die Tage wieder komplett gut aushotzen kann. Werde ich nachher auch erstmal mein Schwert abgeben. Ja. Mir ist kalt, ich hab Hunger. Ist ja gut, hier, Mann. Oh, geil, Mann! Felsenfilet! Äh, ja, Felsenfilet. Guten Hunger, ne? Meine Lebensgeister kommen zurück. Geil, Mann! Warte mal, ich komm runter! So, ein Trottel. Na, alles klar. Ich hab mich gefragt, wie du wohl bist. Aber du bist ja da, Manni. Ich dachte, du wärst tot. Naja. Hier, Mann, als Dank kriegst du das hier. Sehr schön. Don Gerows Maske. Diese Maske ist für uns total nutzlos. Aber ist dir egal. Boom. Könnt ihr mal sehen. Da rollt er einfach weg. Gut. Jetzt aktiviere ich noch schnell die Eule. Dann hole ich mir Geld und gebe mein Schwert ab. Und mache den Tempel dann ohne Schwert. Das müsste ich eigentlich schaffen. Wenn nicht, habe ich ja noch andere Alternativen. Oh, das war knapp. Oh, verdammt. Was ist los hier? Was mache ich denn? Okay. Wird vielleicht doch nicht so einfach, wie ich es mir eigentlich gedacht habe. Aber ist ja egal. Mein Controller hat gerade nicht gelenkt. Ey, das war der Controller. Leute, voll fies. Das war echt der Controller. So, jetzt schaffe ich es aber. Oh, mitten in der Luft. Lenk doch mal rüber, du scheiß Controller. Lenken. Lenken, Mann. Was mache ich denn da? Oh mein Gott. Boah, das war gut. So, und wieder hätten wir es geschafft. Und jetzt sind wir hier. Am fetten Tempel. Wow. Gut. Sehr, sehr gut. So, Moment. Ocarina. Und so. So. Gut. Und ab zur Hauptstadt, um Geld zu holen. 100 Rubinen, um genau zu sein. So. Ha. Stopp. Weg. Ah, hier ist schon wieder viel sonniger und viel farbiger. Herrlich. So. Und ich freue mich schon auf Kaffey's Quest. Die wird geil. Okay. Schwepp. So. Höpp. Und zapp. Und whoopi. So, da habe ich nämlich mein Schwertschmer abgegeben. Ist es am dritten Tag, habe ich dann das goldene Schwert. So habe ich mir jetzt eingeplant. Das müssen wir eigentlich schaffen, mit den Goronrennen und allen drum und dran. Ach, herrlich. Ich hoffe, ich habe jetzt... Bei meinem, äh... Bei meiner Planung habe ich hoffentlich jetzt nicht verpasst, dass ich das Schwert vielleicht irgendwo doch brauche im Tempel. Aber ich glaube eigentlich nicht. Eigentlich brauche ich das Schwert nicht. Nö, geht auch alles anders. Ach, und wenn, ich habe da andere Möglichkeiten, Mann. Das wird schon. Du! Ach, Moment mal, was mache ich denn da? Och, Leute, ich bin aber total bescheuert. Oh, das geht doch erst im Frühling, weil dem Typen da sein, sein, sein Dingsbums eingefroren ist. Mmmh. Ich bin so ein Schwaggel. Ja, toll. Für den Arsch. Mann, du Pisser, kannst du nicht eine Ausnahme machen? Wow! Wer bist du denn? Alter, Mann! Was, du hast getrollt? Alter, wie siehst du denn aus? Bedeck mal deine Blöße, ist ja eklig. Ah, Zabuza? Oh, ähm, falsches, falsches Anime. Zubora. Uga, uga! Oh, und der Affenmensch. Der große Kerner ist mein Assistent Gabora. Boah. Was hast du denn mit den Typen gemacht? Toll. Schmiede eingefroren. Schöne Scheiße. Und dann, dann, dann. Was sagst du, Mann? Du meinst, wenn heißes Wasser hätten, könnten wir das Eis schmelzen? Hey, genau, das mach ich auch. Das mach ich. Ich hol den jetzt, also, ich probier's mal aus. Hat noch nie gemacht. Ich probier's einfach mal. Ob das geht, wenn ich dem heißes Wasser gebe, dass der denn... ... dass der denn jetzt schon Feuer machen kann. Dann würd's ja auch noch hinfrühlegen. So, ich mach mal hin in hier. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Wow, 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 wow. Treppen. Bam. Wum. Wuuu. Was? Oh, fast in den Augen getroffen. Schade eigentlich. Was? So, heißes Wasser. So. Einmal auffüllen, bitte. Bup. Da, da, da. So. Und wieder raus hier. Wuiiii. Bam. So. Gut, dass das Spiel einen Varianten überschlägt, dass ich das mit heißem Wasser machen kann. Das wär ich, glaub ich, nochmal, nachdem ich den Feuerpfeil erhalten hätte, wär ich nochmal rausgegangen und hätte das so gemacht. So. Auf zur Schmiede. Auf zur Schmiede. Ob ich kann ich ihm das doch einfach so geben. Wie gesagt, ich hab das noch nie ausprobiert. Na, komm rauf hier. Hup. Ah. So, und rein da. Typiii. Ich hab heißes Wasser. Ugalaga, Mann. Schrei nicht so, Mann. Äh, warte mal, ich hab dir heißes Wasser. Äh. Scheiße. Äh. Äh. So ein Mist. Wenn ich das hier machen müssen. Hua. Oh, jetzt schock ich jetzt da machen müssen. Oh, so ein Mist. Leute, das muss ich jetzt aber nochmal probieren. Weil das zu meiner Planung gehört. Ich muss das Schwert jetzt abgeben können. Ich probier's einfach mal. Och, Mann. Ich dachte, ich geb dem das und dann macht der das für mich. Och, Mann. Ich stell mich auch wieder blöd an. Naja, es tut mir leid, aber, ähm, ihr müsst wissen, es ist nämlich schon inzwischen drei Uhr morgens. Und das heißt, meine Konzentration ist für den Arsch. Ich habe Hunger. Und ich hab keine Hose mehr an. Also, bitte. Äh, versteht mich in dieser Hinsicht. Alles klar. Ha. Ah, das nächste Video wird dann wieder im vollen Bewusstsein gedreht. Heißes Quellwasser. Ja, und nochmal der gleiche Streich. Äh, ja. Ach, Mann. Mach doch mal Hünde. Ich hab keine Zeit. Hey, Mann. Ich muss meine Videos... Meine Video... Äh, meinen Videorahmen einhalten. So, und jetzt komm hier. Komm, mach hinne. Aber das finde ich aber echt blöd hier mit diesem scheiß Schnee und sowas alles. So. Dicker Korone. Jetzt probiere ich es nochmal, dass es mit dem Wasser geht. Nicht, aber Pech gehabt. Ah. Gut, ich glaube, ich müsste nah genug dran stehen. So, und jetzt kommt hier heißes Warda. Stopp. Ah. Das hat tatsächlich geklappt. Yeah, geil, Mann. Geil. Schnauze, Mann. Oh, gut. Jetzt können wir... Äh, ja. Können wir jetzt... Geht's jetzt los hier? Hm? Ah, gut. Es kostet schon noch Wiener, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Äh, ja, dann mach ich das auch. Ja, ist okay. Und das schreit ja. Nutzig sowieso nicht, das Schwert. Ich geb's gleich nochmal ab. Das will ich. Danke, bis morgen. GOLAGAM! So. Gut. Dann spulen wir nochmal schnell zu dem Tempel hin. Ja, beam zum Tempel hin. Dann beendet ich das Video und dann geht's im nächsten Teil direkt los mit dem zweiten Tempel. Und auf dem zweiten Tempel könnt ihr euch auch schon mal freuen, weil da hab ich eventuell eine Überraschung für euch. Etwas noch nie dagewesenes bei einem Let's Play. Ich hoffe, das macht euch neugierig genug, neugierig genug, um weiterzuschauen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch viel Spaß bei meinen Videos. Wow, 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 wow. Alles klar. Ciao. Ciao.